Hallo, mein Name ist Lutz Diekmann und ich möchte Ihnen heute die Frage beantworten, was ist HDTV? Und eigentlich ist HDTV ganz einfach alles, was oberhalb von PAL liegt. Aber lassen Sie uns einen ganz kleinen Schritt zurück machen und in die Geschichte blicken. Wie hat das Fernsehen angefangen? Mit 30 Zeilen, braunsche Röhren, alles in schwarz-weiß logischerweise. Da waren bestenfalls Bewegungen schemenhaft zu erkennen. Das ging dann weiter über 120, 180 Zeilen, bis man irgendwann beim PAL-Farbfernsehen landete. 720 mal 5,76 im Bildformat 4 zu 3. Das Ganze wurde eingeführt 1967 und von da an guckte dann die ganze Nation Farbfernsehen. Bei der Gelegenheit eine kleine Anekdote. Als der damalige Vizekanzler Willy Brandt diesen Farbknopf drückte, da haben die Techniker, die im Hintergrund gearbeitet haben, die haben ein bisschen zu früh eingeschaltet. Und man hat das später damit erklärt, dass dieser Knopf besonders empfindlich war und natürlich Willy Brandt alles richtig gemacht hat. Ja, von da an guckten wir dann plötzlich Farbfernsehen. Interessanterweise begannen die Forschungen für HDTV schon so Mitte der 60er oder Anfang der 60er Jahre in Japan sogar schon. Und man machte sich darüber Gedanken, wie kriegt man ein noch besseres Bild zustande. Damals war die Technik analog und man fing so ab Mitte der 80er Jahre, 85, 86 rum, da fing man an, sich wirklich ernsthaft mit diesen Geräten zu beschäftigen. Ich selbst habe auf der Funkausstellung Ende der 80er Jahre meine ersten HDTV-Bilder am Stand von Sony gesehen und ich war völlig fasziniert, was für eine brillante Bildqualität das abgab. Aber da gab es einen kleinen Haken. Ich fragte nach dem Preis für diesen Fernseher und es hieß, naja, ungefähr 70.000 Mark wird er kosten. Und das war dann doch ein bisschen zu hoch für mein Budget. Andern wird das ähnlich gegangen sein, denn HDTV konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Man hat dann Mitte der 90er Jahre angefangen, Versuche zu machen mit einem Bildformat 1250. Das resultierte im Grunde genommen erstmal aus der Idee heraus, dass wir 625 sichtbare Zeilen hatten, also aus diesem PAL-Format und man hat das einfach verdoppelt und hat gesagt 1250. In Amerika, da gab es das 1150-Format, weil die Amerikaner hatten 525 Zeilen, die sie auf ihrem Bildschirm sahen. Während in Amerika das Ganze relativ schnell Fuß gefasst hat und man Ende der 90er Jahre schon ungefähr 10, 15 Millionen Haushalte hatte, die mit einem HDTV-Gerät ausgestattet waren, da ist das in Europa kurzerhand stecken geblieben. 1996 wurden die Versuche eingestellt mit diesem 1250er-Format. Das nannte sich dann D2 Mac und 1250 Vision und solche Namen hatte man. Aber man hat eingesehen, dass die analoge Technik das Ganze nicht transportieren kann, dass man die Datenmengen nicht vernünftig rüberkriegt, dass man das nicht in Videorekorder reinkriegt und schon gar nicht irgendwie bezahlen kann. Und ja, HDV oder überhaupt HD muss man ja auch bezahlen können, denn es braucht den Massenmarkt. Anfang der 2000er Jahre, da machte dann die Industrie den Schritt. Das, was die Politiker nicht hingekriegt haben in Europa, weil man hat sich immer noch gestritten, welches Format das richtige sein würde, das hat die Industrie gelöst, in dem man einfach einen HDV-Standard geboren hat, 1440x1080 im Interlaced-Format. Also das Interlaced-Format ist ja ein Halbbildverfahren, sprich wir haben Zeile 1, 3, 5, 7 und im zweiten Halbbild haben wir dann 2, 4, 6, 8 und so weiter. Diese beiden Halbbilder, die werden zusammengefügt und daraus entsteht dann ein Fernsehbild. Und das erste, was es dann gab und was in Camcorder eingebaut wurde, das war eben dieses HDV-Format 1440x1080i. Dann kam ein Hersteller auf die Idee und hat gesagt, wir machen ein anderes Format. Und das war dann 1280x720 im 25p-Modus. Das heißt P-Progressive in dem Falle, Vollbilder, so wie beim Film. Und dieser Standard, der hat dann letztendlich dazu geführt, dass man wieder neue Camcorder bauen konnte, die vom Drehen her, vom Look her einfach anders waren und wieder einen Schritt nach vorne gingen. Der Punkt war nur, dass dieses 25p-Format eben auch so ein paar Einschränkungen hat. Man konnte nicht so wirklich schön schwenken, das hat dann so ein bisschen geruckelt und ist halt wie beim Film. Das war für den Fernsehzuschauer nicht so verträglich. Also überlegte man, wie kann man dieses HD-Format noch etwas weiter transportieren und kam dann auf die Idee, und das ist letztendlich auch der Stand der Technik heute im Jahre 2012, dass man ein 1280x720x50p-Verfahren einführt. Und durch die digitale Technik kann man das natürlich auch entsprechend gut auf die Satelliten und wieder runterbringen. Man hat das in Videorekordern, man hat das auf Festplattenrekordern und so weiter und so weiter. Also die ganze Technik passt in kleine bezahlbare Geräte und damit ist so ab ungefähr 2005, 2006 rum das HD auch im Wohnzimmer angekommen und natürlich auch in den Produktionsstätten, so wie wir das jetzt hier im Moment auch machen. Das ist ja auch eine HD-Kamera, in die ich hier blicke. Und ja, von daher gesehen haben wir heute eigentlich HD als Standard. Man hat dann in der Industrie noch einen Schritt weiter gemacht. Man hat das 1920x1080-Verfahren eingeführt, zunächst auch wieder im I-Format und dann im P-Format. Das war dann 25p, wieder man hatte das Ganze dann plötzlich Full HD. Dieses Full HD geht jetzt wieder einen Schritt weiter. Man hat nämlich denselben Schritt vollzogen, den man auch schon beim 720er-Format gemacht hat. Man hat das Ganze auf 50p, also 50 Vollbilder pro Sekunde gehoben. Aber der Weg ist immer noch nicht zu Ende, denn die ersten Camcorder sind auf dem Markt, die 4K bieten. Das ist kein 100%iges 4K. Es ist 4x 1920x1080, also wirklich die vierfache Größe des sogenannten Full HD-Formates. Also man wird sich einfach überlegen müssen, was Full HD eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, dass dieser Schritt immer weiter geht. Ob wir 8K-Bilder mal irgendwann auf unseren heimischen Bildschirmen sehen werden, keine Ahnung. In der Industrie gibt es das schon. Da kann man tatsächlich auch mit 8K etwas aufzeichnen. Also HDTV ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn Sie mehr dazu wissen möchten, dann schauen Sie doch mal bei uns auch auf der Webseite vorbei, hd-trainings.de. Da gibt es viele Tutorials zu dem Thema und Sie können sich viele gut zu wissen anschauen. Und ja, vielleicht kommt dann das Thema HDTV bei Ihnen auch ein Stückchen näher, als es jetzt ist. Das ist ein Stückchen näher, als es jetzt ist.